Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Fragt ein Blinder, warum kommen Blinde eigentlich nicht in die Hölle? Sagt ein Anderer. Ganz einfach. Der Teufel hat Angst, dass man ihm auf den Schwanz tritt. Das war der Montagswitz für die Woche. Wieder Danke Boris Trinkler. Ein wunderbarer Witz wie immer. Ich hoffe auch euch hat er gefallen. Wenn ja, erzählt ihn weiter. Das ist das allerwichtigste. Lasst mir einen Daumen hoch da. Oder abonniert meinen Kanal. Damit wir uns nächste Woche wieder sehen. Bis dahin. Vielen Dank und... Baba.